Wie geht das denn? Da gibt es zwei Richtungen. Das eine, der erste, der sich psychologisch damit befasst hat, war C.G. Jung mit seinen Archetypen und dem kollektiven Unterbewussten und dann kam von der anderen Seite ein Herr Pauli aus der Physik, aus der Quantenphysik und interessanterweise werden die beiden jetzt zusammengeführt, weil die beide eigentlich das studiert haben und versucht haben eine Erklärung zu finden, wie diese psychologischen Phänomene und physikalischen Phänomene irgendwie erklärbar sind. Und da gibt es die wunderbarsten Modelle. Ich habe mir gerade wieder eine Stunde lang so ein Video angeschaut und alle diese Modelle können wir vergessen, weil wenn Sie nicht die Geisteswissenschaft studiert haben, können Sie den Geist nicht erklären. Das ist ganz simpel. Das aber versucht man immer aus der Naturwissenschaft ein Modell zu finden für die geistige Welt. Es geht aber nicht. Das kann ich nur bekommen aus der geistigen Welt selber über eine Geisteswissenschaft. Das Spannende an dieser Geschichte war, das war jetzt gerade an diesem Wochenende am Sonntag. Ich bereite mich auf diesen Vortrag vor und auf noch was anderes und höre mir ein Video eben an über Quantenphysik und da kommt diese Geschichte mit Pauli und C.G. Jung, wo ein Quantenphysiker diese Theorie erläutert. Also es geht um das Thema Synchronicität und Zufall. Dann ruft meine Lebenspartnerin, ich komme dann runter und sage, du Axel, da ist ein interessanter Artikel in der Welt am Sonntag über Zufall. Und über wen geht es da drin? Um C.G. Jung und Pauli. Also ich sitze da oben, sie sitzt da unten und beide denken und fühlen und informieren sich über Synchronicität und Zufall und in dem Moment findet das statt. Das war schon der Zufall des Zufalls. Das war so spannend, weil das genau mit dem zu tun hat, womit wir uns auch beschäftigen und was man nur verstehen kann, wenn man die geistige Welt kennt. Weil da gibt es keinen Zufall, weil wenn dahinter lauter Wesenheiten stehen, die ständig miteinander reden, brauche ich nicht mehr vom Zufall reden, sondern dann weiß ich, es gibt bewusste Wesenheiten, die miteinander kommunizieren. Das ist dann gar kein, da brauche ich dann keine große Theorie mehr, sondern dann wird es spannend, dann muss ich forschen. Wie reden Sie denn? Und wie läuft das denn? Wie kommt es dann in mein Bewusstsein rein, dass ich jetzt gerade dran denke? Das Witzige noch an dieser Geschichte ist, dieser Pauli war berühmt. Man hat ihm den Pauli-Effekt nachgesagt, aber immer wenn dieser berühmte, er war Nobelpreisträger für Physik, in ein Labor kam, dann sind die Computer oder sind die Maschinen kaputt gegangen. Das war dann das Thema, warum er sich mit Synchronicität beschäftigt hat. Das war der Grund und warum er sich dann mit C.G. Jung zusammengetan hat. Und das Witzige war jetzt, ein Kollege, der das wusste, sagt, so ist Folgendes passiert, das war in Göttingen, mir ist jetzt heute da und die Maschine gegangen, aber es kann nicht der Pauli-Effekt gewesen sein, weil du warst ja nicht da. Er sagt, tut mir leid, ich habe gerade Zwischenstation gemacht, mein Zug stand gerade in Göttingen, am Bahnhof, das war wirklich so. Also das ist so witzig, dass dann diese Themen immer wieder kommen und dann ist auch erzählt worden in diesem Artikel, dass eine Frau angefangen hat und Sie können es, Sie können es mal probieren, angefangen hat, die Zufälle in ein Tagebuch zu schreiben. Hat sie gesagt, es wurden dann immer mehr Zufälle, das wurde ja dann zu viel und sie hat dann aufgehört, weil je mehr sie es aufgeschrieben hat, desto mehr sogenannte Zufälle kamen. Und deshalb spricht man eben von diesen Quantenverschränkungen, von dem Quantenfeld, Universum, wie auch immer, wir reden einfach davon, dass wir Wesenheiten miteinander kommunizieren und sich austauschen und Informationen schicken und auf einmal passieren unten die materiellen Dinge, die sogenannten Zufälle. Das heißt, der Begriff des Zufalls entfällt dann und wenn einem etwas zufällt, dann wissen wir halt, okay, das kommt aus der geistigen Welt. Und was dann Zufall ist, ist dann eine völlig andere Frage, aber dann lösen sich diese Theorien alle auf, wenn man sich wirklich ernsthaft mit der geistigen Welt beschäftigt und dann weiß man auch, dass man diese Pauli-Effekte selber herbeiführen kann. Das Ding, das habe ich das letzte Mal auch erzählt, dass man dann wirklich mit den geistigen Wesen so sprechen kann, dass halt woanders eventuell jemand drauf hört, auf das, was man da aussendet. Das machine als einographic Zeug zہkt. Danke, danke. Danke, danke. Untertitelung des Zufalls-Tü requests.